So, also ihr müsst jetzt ein Porno drehen, das ist... Und auf eurem Kanal hochladen. Und dann schreibe ich dann Willkommen zur ersten Ausgabe von Minecraft Punish und ich möchte meinen Nebenmoderator, den lieben Porter, begrüßen. Hallo. Kommen Sie rein. Ja, willkommen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Punish. Genau, und viele werden sich jetzt natürlich fragen, was ist das denn überhaupt für ein Projekt? Ja, dieses Projekt ist das, was wir schon vor mehreren Wochen angekündigt haben. Geht um sozusagen Bestrafungs-Battles, wo wir beide im Team gegen andere Menschen hier eben eine Battle austragen werden und das Verliererteam wird dann sozusagen eine Art Bestrafung durchführen müssen. Und auch heute haben wir natürlich schon zwei reizende Gäste dabei und Porter, ich würde dich dann einfach mal bitten, unsere Gäste vielleicht hereinzulassen. Und zwar haben wir heute zwei hochkarätige, gute Gäste, die es auch echt spannend machen können in dieser Folge. Und zwar Müsli und Splash Bluff, und die hole ich jetzt mal rein. Guten Abend. Guten Abend. Okay, und ich würde mal sagen, wir verlassen jetzt das Studio und sehen uns auch gleich bei der Challenge wieder. Wir werden gleich hier in zweier Teams sozusagen, ich mit Porter und Splash mit Müsli zusammen, diesen Jump-Parcours hier bewältigen. Oder auch nicht bewältigen. Ja, oder halt auch nicht bewältigen. Welches Team sozusagen diesen Parcours als erstes geschafft hat, der ist doch ein bisschen länger. Das Team hat dann eben als Team gewonnen. Es gibt hier Checkpoints. Diese Checkpoints sind eben immer diese Teile, die man hier auch sieht mit den Schildern. Und auf diesen Schildern, da steht ein Befehl drauf. Der ist dann zum Beispiel Slash Warp ABC. Das ist ein dreistelliger Buchstabencode immer dahinter. Jedes Mal, wenn ihr runterfallt, dann könnt ihr einfach wieder mit diesem Befehl euch wieder hoch teleportieren zum Checkpoint. Alles klar. Was ich dann noch sagen wollte, die Befehle, die könnt ihr natürlich eurem Teampartner weitergeben. Das Ganze macht ihr dann am besten mit diesem typischen Slash-MSG und dann euren Teampartner-Namen. Weil sonst, wenn ich es hier einfach sage, dann weiß natürlich auch das Gegner-Team den Checkpoint. Weil die Checkpoint-Codes, die sind sozusagen dieselben. Ja, wenn ihr bereit seid, dann fangen wir auch direkt an. Drei, zwei, eins, los. Oh mein Gott. Ich bin fast da drunter gefallen. Nein. Sehr nice, Müsli. Da sind sie schon das erste Mal runtergefallen. Okay, also Pornhub, ich habe den ersten Checkpoint erreicht. Ich werde dir mal jetzt den Befehl zusenden. Oh, scheiße. Oh. Es wird spannend, es wird spannend. Es wird nicht spannend. Ich habe so einen Druck, glaube ich, das glaubt ihr nicht. Ja, das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ich verkack hier die ganze Zeit an derselben Stelle. Ich habe es gleich, ich habe es gleich. Wie? Ich bin auch gleich da. Moment. Oh, fuck. Okay, hä? Ich sag dir den. Ja, ich bin schon da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da. Ich bin schon da. Oh, ich bin drüber, okay. Ich dachte, der wäre schon zu Ende. Ich habe mich schon gewundert. Ey, ich habe nichts gesehen. Ich lasse dich mal vorspringen. Nein. Nein, es dauert tatsächlich noch ein bisschen. Nein, scheiße. Oh nein. Oh Gott, scheiße. Mein. Oh, ich bin nach unten wieder gefallen. Auf die untere Ebene wieder. Oh, Alter, ich zitter gerade richtig. Ich spring lieber nicht hier, bevor ich runterfalle. Naja, bleib einfach da. Porter, ich habe bald den nächsten Checkpoint. Sehr schön. Aber da sind sie auch schon längst. Okay. Och, Mann, Alter. Porter, ich kann es jetzt auch sagen, weil die kennen es jetzt auch. Es ist Slash Warp LQP. LQP. Ach, scheiße, verschrieben. Mann, wie geht das denn? Ich kann mich dabei verschreiben. Och, runtergefallen. Och, fuck. Okay. Warp LQP. Ah, nein. Scheiße. Alter, fuck, ey. Ey, Müsli. Ja. Oh, Mann. Ich werde das niemals schaffen. Oh, Mann, ey. Oh, Gott. Du hast was geschafft. Och, Mann, ey. Wo muss ich hin? Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Ja, genau so. Ich habe es gewusst, da wäre nämlich sowieso wieder schuld, wenn wir verlieren. Ja, du bist schuld an allem. Ja, komm, Alter. Hier ist der nächste Checkpoint. Ich habe es schon bis zum nächsten Checkpoint geschafft. Oh, du musst es auch sagen. So soll ich es sagen. Och, Gott. MSG einfach. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt an meinen Steinweg. Oh, shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier sind goldene Äpfel. Sollen wir die mitnehmen oder was? Ey, hier ist ein Minus. Die könnt ihr mitnehmen. Guck mal, hier ist ein Minus-Deck drin. Oh, Mann. Einfach Minus 64. Oh, fuck, Alter. Krass, Mann. Krass, Mann. Ihr könnt den mitnehmen, aber ihr müsst es nicht, weil ihr seid eh im Unbesiegbarkeits-Modus. Okay. Im Moment. Mann. Ich habe einfach mal ein Minus- und ein Plus-Deck mitgenommen. Geh doch einfach weiter, Wollre. Ich kann nicht weiter. Achso. Ich muss auf mich warten hier. Achso, okay. Scheiß. Mann. Ach du meine Güte. Boah, da kommt. Ich glaube nicht. Los. Immer wieder am selben. Du musst auf dem Sprung ein bisschen weiter rennen. Auf dem Einblock. Du musst ein bisschen länger drauf rennen. Du musst wieder hoch rennen. Okay, also man muss auf das Trampolin drauf springen oder was? Ja. Auf mich müsst ihr drauf springen, müsst mich als Trampolin benutzen. Oh Gott, ich raste aus. Oh Mann. Zu weit. Ui. Nein, ich habe fast geschafft. Ich bin mit dem Wasser, wenn es kein Wasser wäre, wäre es nicht so schlimm. Aber das bremst dann halt ab und dann musst du irgendwie kurz gucken. Aber ansonsten eigentlich ganz einfach. Boah, Porta. Mann, Porta. Das Wasser hat nicht funktioniert. Nee. Er hat einfach lacht, er lacht einfach die ganze Zeit. Eine Ewigkeit später. Porta, jetzt komm. Nein. Ja, Porta. Nur noch diese zwei Sprünge. Ja. Perfekt, okay. Also wir sind weiter. Perfekt. Oh, fuck. Die kommen jetzt auch rein. Ich hoffe, Alter, ich falle. Oh, Zaunsprünge. Ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. Nein. Ist aber egal, weil wir haben jetzt, äh, ich habe den Checkpoint. Ich habe den Checkpoint. Okay, Porta, sie sind eh weiter. Das heißt, äh, Warb K-E-L. Kill. K-E-L? Ey, Mist. K-E-L? K-E-L. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss mir aber bedenken, sie haben jetzt schon einiges an Übung. Sie sind jetzt, äh, haben jetzt schon einiges an Übung. Oh, Müsli, ich glaube an dich. Ja, ich glaube auch selber an mich. Ui, du hast ein Lautsprünge geschafft. Ja, ich weiß. Du schaffst es. Äh. Porta, du musst da, du musst da, ähm, ähm, jawoll. Ah, okay. Oh. Ja, du musst da mit dem Schleim dich wieder hoch springen lassen. Perfekt, ja. Okay, nice. Oh, hier sind Vierer-Sprünge. Das ist dein Fachgebiet. Oh mein Gott, ich hab's fast geschafft bis zum nächsten Checkpoint. Das ist wie AIDS. Porta, ich hab's bis zum nächsten Checkpoint geschafft. Nice. Die kennen ihn eh auch schon. Warp MSN. 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 Oh mein Gott. Als ob man das jetzt schaffen kann. Ey, da muss man einfach zum richtigen Moment immer drücken. Das ist, das ist der schwerste Teil auf jeden Fall. Alter, scheiße, jetzt lukt es mich überall. Das ist der schwerste Teil. Ja, doch schwerer, Mann. Ja, das, da muss man ja durchrennen. Nein. Ja, aber du, das ist, du darfst nicht, äh, das eine machen, weißt du? Ich will es jetzt nicht verraten. Komm schon. Ey, ich will nicht irgendeine bescheuerte Bestrafung machen. Da hab ich gar keinen Bock drauf, Mann. Nein. Da denkst du wirklich, ich hab mal Bock drauf? Das ist, oh mein Gott. Ja, die wenigsten ist ein Video, was ich dachte, wo wir dann mal privat so ein paar Fanfiction schreiben. Oh mein Gott. Oh, shit. Nein, nein, scheiße. Nein, zwei Blöcke davor, zwei Sprünge davor, fuck. Auch nicht. Oh mein Gott, ich bin gerade richtig, ah, fuck. Das ist Mission Impossible, Alter. Ich hab irgendwie so ein bisschen so einen Trick, wie man das schaffen kann. Nein, ich war auch zwei Blöcke davor, ich hab's fast geschafft. Oh, Junge, Junge. Wenn dann nicht diese zwei Blöcke gewesen, hätte ich das locker geschafft. Oh, ich hatte voll den Run, Mann. Hälfte hab ich gerade gehabt, ey. Der Splash war gerade der Fast and the Furious. Ja. Das ist echt mega, die krasse Chance. Och, Alter, Wolle. Du kriegst ja ja noch die Schnauze nach der Run, ja. Wenn das so Dreier teile, ne, ich wär schon easy fertig, ey. Ja, gell. Ja, klar, aber die Dreier sind ja auch einfach. Oh, warum rennt der jetzt so durch? Haltet ihn doch jemand auf. Hallo, hat einer... Haltet ihn auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du's geschafft? Ich hab's geschafft. Nein. Ja, nein, wir haben gewonnen. Oh mein Gott, wir haben einfach gewonnen. Ja, komm, ey, ja. Ich hab mir dezent nix beigetragen. Jo, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir so ne Scheiße machen. Ey, warte. Ja, teleportier mich mal, Rorik. Möchtet alle. Ja, warte, ich teleportier mich mal alle hierhin. So, take me all. Hier. Oh, nice, Alter. Ja, und hier ist einfach nur so ein Slime-Ding, ey. Ihr habt euch hier auf was eingelassen, ne? Ja, hab ich mich total freiwillig drauf eingelassen. So, also ihr müsst jetzt ein Porno drehen, das ist... Und auf eurem Kanal hochladen. Ne, ey. Wir haben uns folgendes überlegt, beziehungsweise ich hab mir folgendes überlegt. Der Porter ist so unkreativ, dem fällt nie was ein. Was soll ich? Das stimmt nicht mal. Ihr habt ja beide so auch Kanäle, auf denen ihr verschiedene Sachen zu Minecraft macht. Splash macht ja sogar einige Facts über Minecraft, beziehungsweise Minecraft News. Und da hab ich mir gedacht, da wär's vielleicht doch ganz toll, wenn ihr beide ein Tutorial auf eurem Kanal macht. Eine kleine Art Tutorial, wo ihr einfach genau erklärt, und zwar auch sehr anfängerfreundlich, was in Minecraft eine Spitzhacke ist. Und das ganze Video, das sollte dann halt wirklich sehr anfängerfreundlich auch sein, dass wirklich auch jeder es versteht. Und jeder muss eins hochladen, oder was? Oder wir machen es einfach, ihr erklärt zwei unterschiedliche Werkzeuge. Genau. Einer macht eine Schaufel, einer macht eine Spitzhacke. Einer macht eine Schaufel, einer macht eine Spitzhacke, genau. Ja, Schaufel ist eigentlich ganz cool, ja. Das könnt ihr unter euch vielleicht dann ausmachen, weil die Schaufel über die Spitzhacke macht. Alles klar. Ey, Mann, ey, ganz ehrlich. Nichts Böses hab ich mir gedacht. Ihr müsst wissen, Splash ist da auch hier ein bisschen spontan eingesprungen. Der hat heute erstmal ein bisschen geschnitten, und dann komm ich einfach zu ihm, da, kommt, mach hier mit. Ja, auf jeden Fall eine spaßige Sache. Eine spaßige Sache, ja, hier, Müsli, Grief, hier alles. Das ist, äh, hier, sind meine Minusäpfel. Ich dropp die, und da kommt nichts raus. Okay, ich würd mal sagen, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine positive Fettung da lassen. Und schaut auch gerne mal bei den anderen beiden vorbei, da werdet ihr dann demnächst, ähm, die Bestrafung sehen. Ich würd mal sagen, wir machen, wie sonst auch üblich, zwei Wochen Limit. Das heißt, zwei Wochen habt ihr Zeit, um dieses Video zu drehen. Wir sehen uns dann wieder, schaut auf jeden Fall bei den beiden vorbei. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss. Und alle schleimig, dann willkommen zur ersten Ausgabe von Minecraft Punish. Und ich möchte euch, äh, und ich möchte die, meinen lieben, oh Gott, was, was mach ich? Okay, ich beginne davon nochmal, das ist sehr scheiße.